Nein, es ist zu spät. Das mich nicht erinnert an die Quest-Fest. So, nochmal ein riesen Dankeschön an wowcheck.de. Die haben das ermöglicht, dass ich heute gezocken kann. Und... 2x3, 4x2, deal 6 damage. Warte, schon, das muss ich nicht mehr können. Und nochmal der Hinweis bitte, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn Sie den Stream followt. Wenn Sie unseren YouTube-Channel abonniert und unsere Facebook-Seite liked, auf www.ab-gaming.de vorbeischaut und dort euch im Vormen registriert. Spampt ein bisschen, mislässt die Blogs, gebt Feedback, wie euch das alles gefällt. Und natürlich... Oh Gott, der hat einen Enrage. Naja, ich hoffe, dass ich den Angry Chicken noch nicht so angry. Und natürlich auch an den Gewinnspielen teilnehmt. Ich muss das Angry Chicken eliminieren, das ist mir zu gefährlich. Angry Chicken ist tot. Drei Gewinnspiele haben wir. Einmal auf Facebook, einfach liken und den einen Link sharen zu dem Stream. Dann könnt ihr Tower Wars gewinnen. Sprinter Cell Blacklist gibt es im Forum zu gewinnen. Und Lastbutton, der ist... Also im Forum ist unter Allgemein ist der Thread. Da könnt ihr dann mit einem Post einfach dran teilnehmen. Sprinter Cell Blacklist. Und als YouTube-Abonnent, also wirklich nur abonnieren, könnt ihr an der Saints Row 4 Verlose und teilnehmen. Alles von PlanetKi.de. Danke an PlanetKi. So, was mache ich jetzt mit dem? Der ärgert mich jetzt. Das ist... Das ist nicht gut für ihn. Ja, Angry Chicken war... Was angry, ja? Aber keine Ahnung, morgen weiß ich nicht, wann die Gamescom losgeht. Ich glaube gleich um 9 oder 10 in der Früh. Ach, die 3, da werden genügend Leute kaufen. Schwere ich da, Kevin. Und mit 1.08 ist die 3 echt gut geworden. Ja, weil ich spiele es jetzt selber wieder ganz, ganz viel. Ich hoffe, du möchtest meine Invention. Oh Gott, eine Kaine Explosion. Oh, wenn du sicher bist... Ja, also die 3 Äderung, glaube ich, schon wird es wieder sehr viele geben, die es kaufen, ja? Ja, Kagellaris. Es gibt gerade 3 Gewinnspiele. Auf unserem... Ja, natürlich! Hier hat er wieder seinen Arcane-Shot und Multishot und... Ach, komm. Einmal auf unserem Facebook-Kanal gibt es Tau, was zu gewinnen. Liken und sharen. Einmal gibt es Saints44 auf unserem YouTube-Kanal zu gewinnen. Einfach abonnieren. Und auf www.ab-gaming.de in unserem Forum. Unter Allgemeines findest du einen Planet-Key-Gewinnspiel-Fight. Da gibt es... Splinter's Blacklist. So. Gut, ich bin ein bisschen stinkig gerade, ja? Was? Was? Ein enemy Hero. Soll ich den schon spawnen, oder? Hm, ja, weiss er nicht. Sie werden nie wissen, was... Nein, das ist ganz hässlich, ich sehe das auch undramatisch. Wenn einem das nicht mehr gefällt, ich habe es auch je weiterer Tag nicht mehr gefühlt, weil mich der Biking geärgert hat. Also, ist das schon okay? Muss ja nicht jeder spielen. Jedem das, was ihm gefällt. Draw 2 Karten, das ist grundsätzlich cooler, ich habe schon so viel. Das ist sowieso, wenn das bei mir auch so gewesen ist, Hardcore spiele ich so, so viel, also... Ja, vor allem ist es schwierig heutzutage so lang zu motivieren. Die Leute erwarten sich auch sehr, sehr viel von ihren Spielen. Man merkt es ja auch an den ganzen MMOs, die kommen raus, die spielen es drei Wochen und schon sagt, ja, es ist kein Content da. Das ist auch eine harte Aussage eigentlich. Was hat sich jetzt alles ziemlich verändert. Halt doch mal! So langsam, langsam geh in den Hals, ja. Scheißdreck. Ich resol's nicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das Raptor sieht schon wieder die tolle Zeichen in den Augen, ja. Nein, wir spammen da schon wieder, das ist doch eine Frechheit. Jetzt werden wir aber mal gebanter, ein Spammer. Ja, das, was Navi schreibt, ist sehr, sehr richtig hier. Hooplamine ist gut. Habe ich jetzt jemanden gebannt, der nicht gebannt wird dürfte? Muss ich ihn einbannen? Also wenn, ich hoffe wenn du zuschaut, dann tut es mir leid, ja. Aber das war so Link spammen, schrecken, bannen. Wenn der nicht zuschaut und der hat einfach nur gespammt, egal. So, was machen wir da jetzt? Freundchen. So, was machen wir da? Ja, das ist die amerikanische Zeit. Ja. Ähm, Kelvin, das wird sich ändern mit Add-on. Zumindest ist es angekündigt worden, dass es sich mit Add-on ändern soll, ne? Dass ich es rausbringe. Wow, das ist jetzt natürlich behindert, was der macht. Heidene Scheißdrück. Das ist nicht gut. Sechs, dreizehn, fuck. Krieg ich das hin? Okay, also. Gibt's dafür ein Achievement mit einer HP überleben? Gibt's für eine andere HP überlegen. Ich weiß nicht, dass das ist. Die ist einfach so Wurzeln. Das war genau. Was? 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 Was?